Gemeinde Simonsheim. Dann zeige ich euch mal den Skatepark hier. Schönes Rail. Ein größeres Rail hinten auch. Eine schöne Quarter. Eine Pyramide. Eine Riesenbank. Ja, das ist der kleine Skatepark hier in Simonsheim. Klein, aber fein, muss ich sagen. Einfach ein kleiner, kurzer Clip, wie dieser Park hier aussieht. Ich habe eben einen kleinen Trick geschafft. Den Olli schafft es. Und jetzt versuche ich mal in dieser Hitze noch ein paar Tricks zu schaffen, weil es ist sehr anstrengend. Trotzdem geht raus. Vergiss nicht. Don't wait. Go skate. Bis zum nächsten Video.